Leute, bewahrt. Alte Formate rosten, aber sie sterben nicht. Da ist Dion. Das ist Anlass für ein Nostara-Feedback und wir haben ein special Feature. Und zwar wird das hier passieren live auf Twitch. Wow! Und zwar heute 20 Uhr. Ihr könnt einschalten und live dabei sein, aber es wird auch irgendwann jemand auf Nostara-Fakt sein. Und Franz, ne? Tschüss. Weißt du Bescheid jetzt? Tschüss. Da gehe ich jetzt ein paar Minuten vorher. Da mache ich vielleicht die Stöpfel dazu, damit das auch voll fließt.